Aber gut, kann ich auch verstehen. Ich kann jetzt hier kein riesen Grundstück und so haben, dafür war ich leider etwas zu spät. Sieht man auch in seinen Videos, wie groß manche eigentlich sind. So, dann will ich das hier mal abreißen. Aufpassen, dass wir nicht hier runterfallen. Na, sind fast fertig. So. Das verschiebe ich dann nochmal. Das war, glaube ich, hier so hin. Ah, nee. Fuck. Fuck. Ja, hier oben ist auch noch Gras drin. Nicht das krass, was ihr denkt, sondern halt hier, weil ich das runterwachsen lassen musste. Das habe ich doch nicht weggemacht. Jetzt habe ich hier so Glas drin. Ich glaube, hier werde ich Glas, aus dem Gras werde ich Glas machen. Boah, ich bin voll da reinmach. Damit man hier so runtergucken kann. Dann habe ich hier noch ganz normalen Stein. Das hat es auch nicht so richtig. Moment, ich könnte doch... Ich könnte das mal so machen. Dann... Glas, bis wir noch haben. Da. Buchstein, oh Mann. Komm, brenn. Wir können ja mal rausgehen, um zu gucken. Ja, weg. Aber ich mache mir vorher noch eine Spitzhocke nicht, dass wir hier irgendwann nicht mehr reinkommen. Aber ich habe hier eh, äh, Dings dringend seit Z-Turm. Deswegen wäre das nicht so schlimm. So. Da ist der Leuchtturm. Aber hier sieht man schon, wie hoch manche einfach bauen. Nur um oben zu sein. Der allererste, der hoch ist. Ach, ein Bayerischer Skin. Sieht cool aus. Oh ja. Hier ist so die Style-Line von... Wie heißt das in der Stadt eigentlich? Kann ich mal fragen. Ach, komm. Brich jetzt nicht gerade im Video. Wo? So hoch zu sein. Schon krass. Ich spiele hier viel zu wenig drauf, um irgendwann hochzukommen. Hochkommen. Und, äh, ich spiele viel zu wenig drauf, um Ressourcen zu sammeln, um schnell hochzukommen. Weil... Da muss man natürlich etwas schneller sein. Oder man baut einfach so, wie da. Oder da hinten. Aber das ist ein Gebäude. Das kann ich auch gleich mal zeigen. Das sieht voll gut aus. Ha, das sieht aus wie so ein Apartmenthaus. So ein kleines. Kennt er sich auch so. So ein New York-Häuser, aber keine Ahnung. So ein Mitter-Salagen. Keine Ahnung, wie das heißt. Auch cool gemacht. Also wie manche Bauern, davon könnte ich nur träumen. Das kann man schon fast Kunst nennen. Jetzt mach das noch einblocktief. Aber es ist gut, dass ich noch so etwas mittig in der Stadt... Beziehungsweise jetzt nicht mittig, sondern eigentlich mehr außerhalb, aber trotzdem näher vom Kern der Stadt. Weil hier, die sind natürlich weiter weg und davon entfernt, als ich. Das ist ein Ticker-Bereich, Mann. Einfach etwas weiter weg, glaube ich. Und wenn sich die Stadt noch weiter ausbreitet, bin ich halt näher dran. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Na, der hat ja auch nicht viel gebaut. Der hat Karott und Möhren. Der hat auch Karott und Möhren. Der Karott und Möhren. Hm. Super, Vincent. Karott und Möhren. Meine Kartoffeln und Möhren. Karott und Möhren. Ne, das wollte ich doch da hinten zeigen. Stimmt, Vincent nicht zurücklaufen. Mega-Boost. Mega-Boost. Test. Ja, das sind alles Gebäude. Nicht die. Alles Gebäude. Ja, das ist ja auch. Ja, das Gebäude finde ich so cool. Ja, das Gebäude finde ich so cool. Ich kann es euch am besten zeigen. Wahrscheinlich dann hier. Wird so in den Berg reingebaut, dann. Äh, das finde ich cool. Das ist in den Berg und dann dieses Holz da dran. Das sieht voll mega geil aus. Das sieht so cool aus. Einfach so. Bin ich neidisch. Das ist ganz ehrlich zu sagen. Das ist echt nicht so gut. Wie lange nehme ich jetzt das schon eigentlich auf? Ach, 18 Minuten. Zocken rein. Mega-Boost. Weh. Kleiner Pool. Alles nicht mehr online, ne? Ne. Mach ich jetzt am besten so. Kannst du einfach hier so weiter. Na, erstmal hier bauen. Das ist einfacher. So, und den inneren Kärmer riecht dann aus Glas. Aber die Ecke stört mich. Das stört mich. Oh. Das ist eine große Rolle. 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 die Rolle. Das ist eine große Rolle. Vielen Dank.